recht herzlich willkommen zur 86 folge von simo trans ja wir sind hier wieder im spiel letzte mal optimiert und wir sollten vielleicht noch ein bisschen weiter gucken die städte haben wir schon durchgeguckt gehabt meine ich ja da waren wir durch hatten wir geguckt ob überall nichts darüber guckt so wie hier sieht man ja ist nichts darüber wir können ja noch mal schade checken ist ja egal weil irgendwo war auch knapp am rand noch was oder wie war das hier oben bei altenau daher okay das wird nicht lange dauern dann kommt da was bin ich fest von überzeugt aber zurzeit halt noch nicht die straße muss ich noch weiterentwickeln hier ist ja auch schon was einiges am rande sieht es hier aus sieht gut aus lauter war irgendwo auch so ein bisschen schon hier oben war das genau das dauert auch nicht mehr ganz lange sonderhausen beim schnee und ist noch im schnee und hat hier auch an bebauung das wird nicht lange dauern ja hier geht es hier oben wald dann wird flote auch eine andere flote nicht weil der geht dann auch eine andere richtung mal etwas breiter als es hier eigentlich an dem hafen so viel los dass das nicht vorangeht passagiere warten ok flote platinen weg das ist hier unten dann lang die müssen alle weg geschafft werden da muss noch ein bus daher oder das sind alles interne platinen weg ist da das würde bedeuten der stadtbus ist ist hier oben stadtbus aber der ist nicht voll also da nicht wohl ist man stadtplus und der fährt jetzt war da nochmal angucken der fährt schwarze zahlen naja kommt mir vor als ob wir hier in flotow vielleicht noch einen zweiten rauf hauen damit der bus steigt da frei wird und starten da kommt er jetzt die frage wo der lang fährt wenn er jetzt hier rum fährt ist doof näher fährt hoch das passt dann schon eher dann läuft das ja oder wo fährt er denn hier lang der tun hat passagiere geladen woher kommt er von der oben da könnte doch hier unten irgendwo was abliefern oder flote platinen weg fährt da an ok das war da ja dann lässt das anders gewachsen da kommt der zweite noch 73 passagiere der hatte 100 ne oder ja die linie schmeißt auch plus vielleicht sollten wir da auch noch einen drauf setzen vier städte tour ist das aber der ist egal oder zack muss ja ziemlich weit unten sein vier städte und starten da kommt er raus und der fährt dann natürlich erstmal minus ein weil er ne hier erstmal aufnimmt und nirgendwo welche hinbringt gut da haben wir geguckt radolf zelda war auch der stadtbus der plus fährt ne oh was hier für ein stau das ist nicht gut da müssen wir da erstmal dran da der blockiert hier irgendwas lasst ihn mal einfach gerade zum freien wegpunkt da hinten lang fahren ok gucken ob die anderen dann auch weg sind der war blockiert warum wieso weiß ich jetzt nicht die anderen fahren jetzt auf jeden fall hier durch ok ob das alles hier so richtig ist wieso steht denn der da so mitten auf dem weg optisch schlechtes bild ne mehr auch nicht ok die sind alle nicht gefüllt worden da fährt sogar einer jetzt gerade durch der da nicht lang wollte ne deswegen hakt es gerade ein bisserl naja oh da fährt einer raus jetzt auch das hat mehr geladen Kerstin die sieht so aus ok das sind strohballen mäßig ne oder was die man da sieht naja jetzt ist bewegung drin ne lag daran weil die zulieferung kam und die anderen nehmen es jetzt mit ne ok in gewisser weise läuft es dann hier wieder unser ziel war aber radolf zell und zu gucken ob da was mit dem bus ist oder aber hier ja ok das ist 70 passagiere warten da ne zum getreidehof 20 überdöbeln das ist halt der fernbus ok wir stehen auch ein paar mehr dran ist schon zu überlegen ob hier nicht auch noch einer drauf sollte ein zweiter bus komm machen wir stadt bus radolf zell der fährt ja auch plus ein ne dann machen wir es jetzt wieder kaputt ne mit dem zweiten bus drauf dann fährt er nachher kein plus mehr ein sehen wir dann der kommt der fährt das passt an ok der ist hier mit 131 unterwegs ist auf jeden fall voll also nicht verkehrt was da passiert hier sieht es ganz nett aus mal gucken dass das auch noch wächst achso städte hat man ja alle angeguckt oder nee radolf zell döbeln altenau hat man nicht angeguckt da steckt einer fest ja das hat man schon erledigt altenau war da oben da kann man von hier aus weiter hoch scrollen hier war schon soweit gut naja und hier oben fehlt uns noch was aber das wächst noch ja hier oben wird auch bald was passieren so ist nicht gut läuft der ist unterwegs und meine karte rein da ist nichts passiert da auch nicht ne was macht unser tram hier 20 passagiere und miese fährt denn eigentlich nicht wir haben hier einen passagier bahnhof und da ist nichts mit passagiere eigentlich muss schon wir haben doch hier auch den bahnhof da warten tauren 400 über döbeln waldweghafen also das ist wieder ein schiff was weg muss ok das würde bedeuten da müssten mehr schiffe drauf was ist döbeln waldweghafen ist ja hier da warten auch 325 aber altenau das ist oben ok das ist intern die 113 also hier würden jetzt nicht so viele warten hier warten ja alle intern vor allem ne oder einer möchte nach redenburg 262 sind da auch über redenburg ok und wie ist es in redenburg ne der hafen doch der hafen ist hier und da 1054 in der flote ich glaube wir sollten mal gerade hier noch ein paar Schiffe losschicken ne aber bitte nur passagiere wären das ist die ok da gibt es noch nichts besseres dann gucken wir mal dann gucken wir mal riedenburg floto starten wir und das zweite schiff was ja auch schwarz fährt ist döbeln altenau ja passt gibt es da noch eine weitere strecke warte mal ne das sind die passagierpferden also hier lang und da lang und hier gibt es ja die zugverbindung dann jetzt sollte man überlegen ob man döbeln floto nicht auch anfährt ne würde was mehr bringen vielleicht mehr wert für die reisenden ne tja ich glaube das machen wir eine neue linie schiff neue linie und zwar dahin döbeln ok im wasser liegen der war jetzt aber wohl falsch der war richtig macht er jetzt die neue linie ne wo macht er die denn jetzt bitteschön da ok hat er sich versteckt ne so der ist richtig der ist falsch den weg und den auch weg einfach aus dem runter weil der reicht so und da müssen wir ich glaube diese richtung müssten wir irgendwie hinkommen ne vielleicht zu viel nördlich oder so ja ich denke schon oder müssen wir mal rauszoomen ja das wird zu weit nörder aber das ist ja nicht weit weg wahrscheinlich das müsste hier irgendwo sein genau da ist es da ist es da müssen wir nach floto und dahin und fertig so das ist dann und dann müssen wir jetzt noch hoch und dann schiff draufsetzen und so eins dörbeln dörbeln floto ja starten aber das war jetzt noch nicht fertig ne warte mal wie sieht es mit dem aus aber der fährt gut plus gerade ein ist schon wieder voll das bedeutet den können wir eigentlich schon zumachen oder wo ist denn der und der und der sonderhause müsste der fast sein oder ja das sieht doch gut aus aber ich wollte jetzt gerade noch gucken ah ne jetzt ist es nicht mehr schwarz jetzt ist es so ok und der fährt da irgendwo jetzt lang ne erstes ziel ist bitte floto nö erstes ziel ist drübeln fahrplan floto passt so dann fährt er da unten erst hin das macht sinn ne ja gut es ist ganz schön bindig gerade hier gut läuft wieder ein schiff mehr wieder ein paar dingens hier wie wir gerade sehen fährt er hier gerade mit 558 nach sonderhause wo fährt er hin zum rathaus ich glaube schon ne haben wir hier einen stadtbus ja haben wir der wartet da unten 513 1300 wow also das geht die fahren sogar hintereinander ja hier der zweite hat natürlich nur noch 5 personen ist natürlich doof gelaufen das bedeutet machen wir da mal den fahrplan auf und lassen den moment warten dass der nicht ganz so schnell ach ne das ist der stadtbus ich wollte gerade sagen nicht noch einer dahinter her ne so jetzt ist natürlich schlecht weil der gerade wartet der andere ist aber schon da oben ich weiß gar nicht wer schneller fährt der fährt 50 kmh und der andere da oben darf der schneller fahren der fährt auch 50 kmh ok dann nochmal fahrplan bitte und lassen wir noch einen moment warten und ich frage wo der andere ist ne wir können den ja mal gerade nachgucken der ist da das ist ein stadtbus oder sind es die stadtbusse hier so der könnte auch noch in der richtung unterwegs sein naja da ist er der kommt gerade von da wieder ist aber vielleicht sogar passend ne weiß was wir machen der jetzt noch lauter der dreht jetzt sind zwar wieder alle irgendwo noch ein bisschen aufeinander dann wahrscheinlich aber passt schon wird schon werden läuft ne gut ja kurz nochmal gucken hier ist nichts neues da auch nicht Waldeck äh Floto hat auch nichts neues Riedenburg haben wir auch geguckt ne auch gut Hadexen auch gut da passiert noch nichts in Hadexen Adenau Adenau ist auch gut Töbeln ist auch noch gut und Radolf Zell sieht auch ganz gut aus gut dann haben wir ein paar Schiffe gemacht neu ein paar Busse neu gemacht und ja dann müssen wir nächstes Mal schauen ob wir dann noch weiter optimieren müssen bei den Verkehrspersonenbeförderungen ok dann würde ich aber sagen recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid bis dann tschüss 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 tschüss